Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es mit unserer Limo. Motor ist drin, bleibt aber nicht drin. Also ich bin guter Dinge, dass das jetzt das letzte Mal Probe montieren des Motors war und jetzt geht es darum einfach alles so ein bisschen so an allen Stellen zu markieren, wo noch ein bisschen Platz gemacht werden muss, was noch nicht ganz so passt etc. Aber in Summe der Anblick motiviert mich schon die erste Mal wieder. Irgendwie schon, weiß ich nicht, ist irgendwie geil. Also ich bin gespannt, wie das klangtechnisch auch wird. Jetzt fällt mir eine Sache ein, das hätten wir jetzt komplett vergessen. Da sind noch gar keine Pop-Offs dran. Ich dachte, du wolltest auch noch. Das können die Lade aber nicht. Was sagt das? Naja, fällt mir jetzt gerade so zur Sekunde bei ein, ne? Ich kenne eine Firma, die hat welche vielleicht auf Lager. Echt? Nee, aber jetzt ohne Spaß. Ich hätte es wirklich jetzt fast, weil Sinn und Zweck dieser Nummer war eigentlich, dass morgen alles, was angebaut wird, durchgepulbert wird und dann final das Ganze zusammenkommt. Ein Punkt ist nämlich noch hier, wir haben ja den ganzen Motor zugeschmissen mit diesen Duosensoren, Ladedruck als auch Temperatur, weil die halt relativ viel können. Ich glaube, das ist ein 600 Kpa-Sensor. Also der kann theoretisch 6 Bar von Unterdruck bis Überdruck, also 5 Bar Ladedruck. Der sollte eigentlich hier so sitzen. Sieht irgendwie komisch aus. Also kann ich mich irgendwie nicht so mit anfreunden. Wir können ihn aber leider auch nicht umdrehen. Wir können ihn leider auch nicht umdrehen, weil er dann hier an der Verkleidung liegt. Auf der Seite geht es. Auf der Seite, zack. So kann ich mich dann auch anfreunden. So sieht das auch irgendwie cool aus. Das heißt, hier müssen wir, man sieht es sogar, wie wir den irgendwie tiefer gesetzt haben. Ich weiß auch nicht, wer da gesetzt hat. So. Aber mit der Naht, die hast du auf jeden Fall rausgezittert. Die, finde ich, sieht irgendwie ganz geil aus. Sagt, was ich hier gemacht habe. Also deswegen hat es Tom mitgenommen. Damit es dann wieder anders schweißt. Nein, das müssen wir noch umsetzen. Das Gute ist, Wasserrohr war dann doch relativ easy. An der Stelle vielen Dank an René, der hat uns nämlich zugeschickt. Es gibt tatsächlich diese ganzen Anschlüsse auch einfach in universell. Also 90 Grad, hier 30 Grad, 45 Grad. Und damit konnten wir relativ einfach unten einfach ein 45er. Hier kommt auch ein 45er drauf. Und zack, mit diesem flexiblen Wasserschlauch sitzt hier die Wasserleitung. Da unten genauso fertig. Also da braucht man nichts umschweißen. Das hier gefällt mir richtig gut. Also als ich da vorstand und das so zusammengebaut habe, dachte ich so, Joni meinte original, er ist gespannt, wie viele Leute denken werden, dass hier ein GTR-Modler ist. Jemand, der es erkennt und sieht, es fehlt einfach dieser Kettenkasten vorne. Wir blenden das mal ein. Der GTR hat hier vorne einen Kasten, der... Auch so v-mäßig. Ja, also nicht v-mäßig, sondern der ist ja hohl eigentlich. Und trotzdem läuft die Kette durch. Also das ist wie so eine Brücke, wo die Kette durchläuft. Das fehlt natürlich, aber sonst so mit der Brücke und so ist das schon nice. So, den Behälter hier finde ich auch geil. Das können wir definitiv so machen. Festziehen müssen wir noch. Hier. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir eine Lüftung gebaut haben. Finde ich auch porno so. Sitzt perfekt. Hier Dash 20. Ohne Probleme kommen wir unten durch. Diesen Teil kennt ihr noch nicht. Den zeigen wir euch gleich ausgebaut nochmal. Das ist quasi die Saugseite von der Pumpe. Das heißt, hier saugt die Wasserpumpe das Wasser aus den Turboladern auch. Also entweder aus dem Behälter oder aus den Turboladern. Dass wir auch ordentlich Wasser durch die Lader kriegen. Das heißt, von hier gehen wir seitlich in die Turbolader und kommen dann hier raus wieder zum Turbolader zurück. Ja. Das kann ich euch zum heute ausgebaut auch nochmal einmal zeigen. Plan ist es für heute. Neben Pop-Offs, das müssen wir gleich besprechen. Benzinhochregler. Eigentlich hatten wir ja schon Angst, dass ich so hässlich hier den Benzinhochregler hinmache. Nein, natürlich nicht. Aber hier hinter ist so viel Platz. Vor allem ist es ja auch wirklich mal schrauberfreundlich. Also muss ich wirklich mal sagen. Also wenn hier als Beispiel man eine Waysgate-Feder antauschen muss, eine Lambda-Sonde tauschen muss, irgendwo ran. Das ist wirklich cool. Muss ich so sagen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir setzen hier sogar noch den Benzinhochregler hin. Weil dann können wir nämlich am Unterboden einfach Vorlauf-Rücklauf langlegen. Die beiden Leitungen kommen dann hier raus. Das heißt, wir können Vorlauf Y links rechts. Hier kommt es zurück, geht in den Benzinhochregler rein und geht unten einfach wieder weg. So. Das heißt, wir ziehen den Motor gleich wieder raus, wenn wir alles angepasst haben und schweißen hier hinten noch einen Halter, wo der Benzinhochregler drauf sitzt. Das ist eine Sache. Eine andere Sache, die ich auch noch gerne mit dran schweißen würde, ist ein Halter für das N75 für das Ladedruckregelventil, dass wir das auch noch hier irgendwo platziert haben. Weil beim N75 ist es definitiv so, man redet immer über Taktung. Taktung heißt eigentlich nur eine Frequenz und diese Frequenz ist in dem Ventil. 100% Taktung heißt, das Ventil ist einfach zu. Das heißt, wir haben gar keinen Ladedruck auf den Dosen, um sie zu steuern bei einem normalen Ventil. Es gibt jetzt ein sogenanntes 4-Port-Ventil, dann nutzt man den Überdruck, um das Ventil wieder zuzudrücken. Aber bei einer normalen wäre 100% Taktung gleich, es geht keine Luft mehr durch. 0% Taktung heißt einfach Dauer auf. 50% Taktung heißt, dass es 50% offen und 50% zu ist. Also es macht die ganze Zeit so eine schwingende Frequenzbewegung. Und in dem Fall ist es so, dadurch alles was pulsiert, hat immer den Nachteil, dass man nach Möglichkeit kurze Schlauchlängen braucht. Und deswegen ist es natürlich perfekt, wenn wir das Ding direkt hier hinsetzen. Weil wir wirklich hier links Waistgate, rechts Waistgate haben. Das heißt, viel kürzer kann man die Schläuche eigentlich gar nicht setzen. Wir brauchen eine Steuerleitung. Da nehmen wir einfach hier aus der anderen Brücke eine Leitung. Das heißt, man würde von hier einmal da runter gehen. Sieht glaube ich nicht ganz so geil aus, ehrlich gesagt. Nee, wenn die Sonne. Macht aber nichts, weil wir müssen eh von hier aus zum Unterdruck. Da kommt dann noch eine Leitung lang. Wegen Bremskraftverstärker. Und dann können wir auch passend dazu einfach eine Leitung da runter legen. Verteiler, nach links, rechts. Ja, lange Rede. Kein Sinn. So sieht es aus. Jetzt ist noch die Frage. Also dann ist es aber tatsächlich so, dass wir den ganzen zum Ende kommen. Also ich habe gestern Abend schon so beim Einschlafen überlegt, was wir noch so alles anfassen müssen. Und es ist bis auf die Pop-Offs, welche mir jetzt zur Sekunde eingefallen sind, wirklich nicht mehr so viel. Und wenn man nämlich erstmal so weit ist, dass es nur noch zusammenbauen ist. Nur noch. Das geht ja immer am schnellsten. Ja. Wollen wir gleich mal gucken wegen den Pop-Offs? Ja, ich überlege gerade. Also wir brauchen logischerweise zwei. Wegen links, rechts. Jetzt ist die Frage, wo wir sie hinsetzen. Hinterdrosselklappe soll man nicht, geht nicht. Also geht schon, machen wir aber nicht. Das heißt, ehrlich gesagt, gibt es eigentlich nur diesen Bohr. Ich werde auch noch geizt sogar hier, ne? Weil der Platz ist da. Oh. Würde ich es auch am schönsten finden. Naja, das Problem ist nur der hier halt, ne? Durch diese Doppel-Vibrant ist dieses Rohr natürlich flexibel. Ja und? Das heißt, machen wir jetzt hier ein 50er Pop-Off-Randen offenes. Wird das auf jeden Fall immer nach unten kippen. Ja, aber, Alter. Was soll das machen? Und die Frage ist, finden wir das schön? Nicht wir, du, dein Auto. Ich weiß ihn nicht, weil ehrlich gesagt finde ich diesen, finde ich den cleanen Motorraum eigentlich schon ganz cool. Dann machen wir was anderes. Weil ich hole mal kurz eins. Mir ist im Lager hinten eine Sache eingefallen. Wir machen hier nicht Steuerleitung, Laddruck, Regelventil. Weil dann ziehen wir nämlich auch die ganze Zeit den Unterdruck in das Marktventil. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Man kann das schließen. So, aber wir machen dann doch lieber das Mackventil unten in einen Turbolader rein. Machen wir kurz vier aus, wie meine Kleinen. Zumindest gesagt, dann mach eine andere Brücke. Also bei dir sieht es hier in der Brücke besser aus, weil das sieht man hier noch nicht. Geht auch. Das hier hängen wir ja genauso auch an der andere Brücke, ne? Ja, ich würde sagen, wir schneiden einfach die Haube auf, oder? Ich schaffe hier auch einfach an die Kronen irgendwie rein. Hunderter Kronenbohrer oben durch und dann gibt die. Also wenn, dann würde ich es ehrlich gesagt definitiv so machen. Da unten. Ich finde es jetzt an der Stelle nicht so hübsch. Es hängt hier dann irgendwie wie so ein... Weißt du, ich finde es gar nicht so scheißig, wenn ich ehrlich bin. Geht schon damit los. Es muss perfekt gerade sitzen. Ja, natürlich. Und wenn es beweglich ist, kacke. So, dann kippt das dann wieder runter. Dann hängt es hier so, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob wir es nicht besser fangen, wenn wir es hier so hin machen. Dann kann es auch nicht runter kippen. Weißt du, dann bleibt es halt so. Irgendwie vielleicht mit Glück. Eher so. Also unter Druck drückt es sich eh hin, wo es will. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht eher hier so sehen würde. Oder welche Alternativen haben wir noch? Unten. Vom Nauluftkülle. Auf der Seite hier wird das Ganze einfacher sein. Hier haben wir ja dieses Rohr, wo es einfach so geht. Das heißt, da sehe ich es noch. Da sehe ich es noch, das ist so. Das hängt dann eher so halb unter dem Motor, ne? Also es müsste, wenn, dann kriegen wir es eh nur so hin. Es müsste definitiv ohne Probleme, wenn man von da so guckt, ist das doch immer noch unter Boden. Ne, ein bisschen höher noch. So, ja. Ja, so ist. Ja, perfekt. Das ist aber auch schon mal. Ne, hier ist aber, hier könnten wir hin machen. Hier ist jetzt gerade die Wasserleitung. Die Wasserleitung, die ist da aber am Ende gar nicht. Weißt du? Klar, an der Stelle könnten wir es hier perfekt sitzen. Ist natürlich ohne Unterfahrschutz der absolute Endgegner, weil natürlich Dreck des Todes. So. Aber ich bin leider der Meinung, dass auf der anderen Seite ist da nicht so viel Platz. Ja, wieso? Wenn, dann würde ich ja eh nach hier vorne gehen, ne? Hier. Hier ist noch Platz. Achso. Ja, da geht. Wenn, dann sehe ich es, sehe ich es ehrlich gesagt da, glaube ich irgendwie. Kann ich nicht sagen warum, aber irgendwie. Ne, ne, wenn du es da hin haben möchtest. Mach mal so. Nein, weiß nicht, da oben an diesem Bogen fühle ich irgendwie nicht so richtig an dem Bogen. Ja, ist das gut. Weil früher war so ein 50er Pop-Off irgendwie geil. Finde ich immer noch geil. Ja, immer noch. Aber klar, Alex kann mir die natürlich auch schwarz machen, weil in Orange nicht. Aber ich glaube, wir fahren besser, wenn der Motorraum schön clean bleibt. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt folgendes machen. Wir müssen damit anfangen. Pop-Off ist da dran. Der Moment, wenn fährt mir dabei gerade auf, dass 50er Pop-Off genauso groß ist wie das Druckrohrgefühl. Ja, aber eigentlich sollte das jetzt hier so. Ne, so sitzen. Boah. Egal. Jetzt passt Wackeln in der Luft. Jetzt kommt als nächstes noch die Ölleitung. Bin mal gespannt. Mit Pech macht die uns noch wieder einen Strich durchgerechnet. Aber das wird schon. Oh, warte mal. Das hier vorne war ja die Saugseite. Die drei Saugseiten. Das heißt, ist das, was der Motor absaugt. Ja, da war so ein 100-Dings-Bogen drauf, ne? Da ist auf jeden Fall ein Stellen, wo man bescheiden ankommt und einfach gar nichts sieht. Das sind die drei Saugkammern, die quasi das Öl absaugen und das Öl in Mitte 16 zum Tank bringen. Ist jetzt nicht viel Platz. Aber muss ausreichen. Okay. Ja. Das heißt, das haben wir schon mal. Jetzt können wir theoretisch den Motor wieder rausziehen. Zumindest erstmal die... Ich würde eine Sache gerne machen. Ich würde gerne einmal die Front abnehmen, Kühler und alles ab. Und würde einmal die... Nur kurz die Länge von den Zulaufleitungen definieren. An dem Ölfild der Gehäuse da, ne? Mhm. Und dann kann man schnell rausziehen. Dann geht's weiter. Motor ist wieder draußen. Ich will nicht wissen, was so der eine oder andere auch denkt, wenn ich das so bei Instagram poste und so. Aber das ist halt das, was bei dem alten Auto auch so lange gedauert hat. Ich weiß nicht, wie oft man diesen Motor ein- und ausbauen muss, bis einfach alles passt. Außer man legt halt keinen Wert darauf, klatscht das zusammen und am Ende liegt es halt überall an, schleift und so weiter. Bringt halt nix. Deswegen hilft immer nur zerlegen. So, wir haben noch hier den Halter drauf gesetzt. Und auf diesen Halter können wir jetzt ganz entspannt den Beziehungregler anschrauben. Warum steht der recht weit nach hinten? Das zeige ich euch gleich, wenn es festgeschraubt ist. Weil nämlich von unten der Rücklauf kommt. Und ich wollte auf den Rücklauf nach Möglichkeit schön gerade drauf gehen können. Und da wir nach hinten Platz haben, habe ich mir überlegt, da sitzt er eigentlich ganz cool so. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon wieder... Also ich würde sagen, selbst jetzt, seitdem wir weitermachen mit dem Auto, würde ich sagen, ist der Motor schon wieder zehnmal rein- und rausgewandert. Jetzt muss man aber auch sagen, rein- und rauswandern. Wie lange hat das gestern gedauert? Zwei Minuten ungefähr, ne? Das ist ja echt entspannt den rein auszubauen. Also man hat ja auch alles dann so gebaut, dass es so schnell geht. Zack! So gefällt mir das nämlich. Jetzt können wir nämlich hier einfach den Rücklauf einfach nur mit dem Schlauch verbinden. Achso, ne, hier guck, siehst du, hier dazwischen sitzen wir nicht auf der Entlüftung. Deswegen konnten wir nämlich nicht weiter nach vorne. Und hier drunter, seht ihr, ist genau ein Rücklauf. Das heißt, von hier gehe ich jetzt einfach nur zurück zum Tank. Der sitzt hier schön stabil. Was auch gut ist, man kann ihn von oben ganz easy einstellen. Krachstoffdrucksensor mit auch Temperatur. Easy going! Ja, so, jetzt kommt der Moment, wo wir eigentlich zwei Aufgaben noch haben. Eine Aufgabe ist, den ganzen Motor final fertig bauen. Das mache ich aber in Ruhe in der Nachtschicht. Ganz entspannt. Eintausend Mal ins Lager laufen. Hier noch ein Hitzeschutz. Da noch eine Schraube. Hier noch ein Fitting. Ist immer eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht. Weil ich nehme mir dann immer hier einfach meinen Rollbahnhocker und rolle um den Motor so lange rum, bis alles passt. Das haben wir in der Zwischenzeit auch noch gebaut. Filter hier. Rohrbogen hoch. Schnell wieder ein Y-Stück gebaut. Ähnlich wie wir das hier auch gebaut haben. Irgendwie mal eine neue Lieblingsaufgabe, Y-Stücke zu bauen. Und Dash 6 quasi, das ist der Rücklauf von den Turrolader. Das heißt, das Wasser, hatte ich ja erklärt, kommt aus den Köpfen, geht durch dieses Fitting in den Turrolader und kommt aus dem Turrolader hier an der Seite raus. Und wir müssen jetzt nur noch diese Leitung hier verbinden, weil das Wasser dann von hier wieder vor die Pumpe geht. Das ist der Anschluss, wo auch der Wasserbehälter dran hängt. Das heißt, wenn die Pumpe saugt, die saugt dauerhaft, weil ja der Motor läuft, zieht die Wasser aus dem Ausgeistbehälter und aus den Ladern. Und überall anders her. Aber da zieht es auf jeden Fall schon mal Wasser her. Das heißt, auch da haben wir einen Kreislauf. Bevor ich alles zerlege, es reizt mich einfach, dass wir hier noch ein paar Leitungen bauen. Weil ich will euch einfach noch mal zeigen, wie schnell und einfach diese PTFE-Leitungen einfach gebaut sind. So, wir fangen einfach mal im Rücklauf an hier. Das ist wirklich eine ganz einfache Nummer. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon immer gezeigt habe, aber Leute, glaubt mir einfach, das ist einfach cool. So, man muss da auch gar nicht so genau darauf achten, ob die jetzt perfekt gerade abgeschnitten sind oder nicht gerade abgeschnitten sind. Das ist mit diesem System, mit dieser Dichtolive. Also die Dichtolive kommt quasi zwischen Stahlflex und Teflon-Säle. So, dann kloppt man da ein paar Hammer drauf. Weil wichtig ist, dass die wirklich ganz drauf sitzt. Das hat sich gut angehört. Normalerweise jetzt wäre schon Baustelle, weil die muss jetzt so hier rüber, was nicht gehen würde. So, in unserem Fall aber, musste ich gerade, ist ja noch eine Seite offen. Das heißt, wir können jetzt einfach das hier. Das ist immer so ein bisschen leider, also für jemand mit dünnen Fingern, also dünner Haut an den Fingern ist das nichts. Weil man piekst sich natürlich immer gerne rein. Aber ich bin selbst so, dass ich es noch nicht mal mehr abklebe. Man kann ja auch was drum machen oder so. Ihr braucht es aber nicht. Guck, jetzt schiebt den einfach hier so rüber. Jetzt merkt man schon, wie geil das hier in diese Teflon-Säle reinflutscht. So, jetzt ganz wichtig, das empfehle ich immer jedem, weil das natürlich ein Alu-Gewinde ist und relativ fein ist. Setzt es auf jeden Fall mit der Hand an und dreht so ein paar Mal hin und her, bis ihr euch wirklich sicher seid, dass das so greift, wie es soll. Sonst macht man leider so ein Fitting auch relativ schnell kaputt. Dann einfach hier von uns Alu-Schraubbacken plus die passenden Schlüssel. Das heißt, wir setzen das Ganze hier jetzt nur ein. Ich mach es immer so, ich setze es minimal tiefer als die Kante ein. Ich zeig euch warum. Dann kann ich jetzt nämlich einfach wie wild drauf losdrehen und muss auch keine Angst haben, dass ich es unten zerkratze. Weil ich eher das Alu-Gewinde zerkratze. So, genau so einfach wie es gerade aussah. Ist doch. So, jetzt geht es weiter. Das war Schritt 1. Jetzt mache ich immer folgendes. Ich drehe die Seite ab, mache den auf. Jetzt muss man sich das ein bisschen so vorstellen, wie die Leitung da sitzt. Ich empfehle es immer nicht zu eng zu machen. Weil so ein bisschen arbeiten kann das Ganze ja schon noch. Das ist hier alles so wie es soll. Das heißt, wir müssen ihn hier abflexen. Ganz wichtig, da wird jeder schon seine Erfahrungen gemacht haben. Egal wie schnell man ist beim Flexen. Brille. Ich mache immer einmal einen Richter, dass ich weiß, wo ich war. Und dann geht es los. Das stinkt schön. Ja, Teflon, ne? So, jetzt ganz wichtig. Also ganz viele hätten jetzt immer Angst, das geht doch sofort auf. Du kriegst hier nie wieder diese Mutter rüber. Bei den PTFE-Muttern ist halt das Geile. Die haben einen Konus. Das heißt, wenn man ein bisschen dickere Hornhaut an den Fingern hat, kriegt man das ohne Probleme. Wir drüber. So. Jetzt. Also wichtig gerade aufpassen. Erst die Mutter, ne? Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hört man schon. Vom Geräusch her. Wann es drauf ist. Das war es schon. Jetzt müssen wir uns auf den Film abdrehen. Schon mal habe ich es angebracht. Eigentlich ist dieses Leitungsbauen von allem immer das geilste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man weiß, das ist jetzt final. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt wird alles montiert. Ja, und dazu ist es halt eine ultra simple Arbeit. Ja, und wie gesagt, gerade mit dem PTFE-System. Also das soll jetzt keine Werbung sein, sondern einfach nur. Es muss ja auch nicht von uns sein. Es gibt das System wirklich von verschiedensten, vielen Herstellern. Ich hatte selber da auch immer ein bisschen Respekt vor. Bin immer zu Hansaflex gefahren und mir jede Leitung verpressen lassen. Aber seit diesem PTFE-System wirklich. Weiß ich, ob ich jemals schon mal eine Undichtigkeit hatte. Ich würde sagen nein. Und ihr seht ja, was ich hier schon für eine Kraft drauf mache. Also da ist ja schon gut Saft drauf. Und was halt geil ist, Drehausgleich. Das haben noch nicht mal die Hansaflexleitungen ganz oft. Also gibt es mit und ohne. Ne, ist wirklich so. Bevor ich es final montiere, ich mache es ganz zum Schluss immer, alle einmal richtig richtig durchspülen. Das heißt richtig Wasserschlauch nehmen, Gardena-Düse hier draufstecken und das Ding richtig durchzwirbeln. So, und durch diesen Drehausgleich kommen wir jetzt hier. Da muss auch nichts zwischen. Ich dachte früher immer, ey, hier lieber ein bisschen noch irgendwie Fett oder was weiß ich was. Ne, braucht alles nicht. Einfach drauf da. So, ich glaube viel einfacher. Viel einfacher geht es. Ne. Doch, wir machen jetzt mal eine Sache zusammen. Noch, weil es jetzt so schön einfach war. Mal gucken, ob es geht. Diese Leitung hier. Jeder, der schon mal Bremsleitung gemacht hat, weiß, dass es irgendwann zu eng wird, weil man die Überwuchsmutter nicht mehr rübergeschoben kriegt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir uns hier überreizt haben. Oder ob es geht. Das würde ich gerne noch mal machen. Ja, ist ein bisschen lang die Leitung, Arne. Bei Dash 12, das ist jetzt Dash 12, das ist ja wirklich schon ein amtlicher Durchmesser. Da merkt man gleich erstmal, wie viel Saft in dieser Stahlflex, also wie stark sich diese Stahlflex von alleine zusammenhält. Weil hier muss ich wirklich echt draufhauen, dass diese Stahlflex auseinander geht. Und auch dadurch, dass ihr so viel Fleisch in dieser Dichtolive habt, ist es auch nicht so kriegsentscheidend, dass ihr es 100% gerade abgeschnitten habt. Weil, glaubt mir, der Weg, selbst wenn es hier leicht schräg geschnitten ist, reicht immer, dass es am Ende dicht ist. Und was witziger Nebeneffekt bei den PTFE-Leitungen auch noch ist, dass die vom Durchmesser her relativ klein von außen aussehen. Eigentlich nicht cool, weil wir immer fette Leitungen haben. Aber an manchen Stellen, gerade so am Längsträger vorbei, wo halt nicht einfach so viel Platz ist. Da ist es natürlich schon ein cooler Nebeneffekt, wenn man auch Platz spart ein bisschen. Da haben wir festen Schraubstock hätten hier. Da ist halt bei Dash 12 ist der schon echt... Ich bin halt immer so ein Monk, ich weiß nicht wie ihr seid. Ich kriege jetzt nicht hin, dass die beiden Sechskanten nicht übereinander stehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so berauf seid. Ich weiß nicht, wer von euch den Livestream übrigens mitgesehen hat, wo wir den Marius Golf ausgebaut haben. Hat mir richtig Laune, hat mir richtig Spaß gemacht. Es waren 8.500 Zuschauer. Mit euch live diese Sache anzugehen, kann ich mir auch empfehlen. Müssen wir öfter machen. Weil auch diese Kommunikation mit euch... Das heißt, ich sehe die ganzen... Eure Anregungen, was ihr gerne sehen wollt. Ich sehe euer Feedback auch negativ. Ich glaube, so wächst so ein Stream dann halt einfach zusammen. So, jetzt können wir jetzt weiter machen. Entweder wir bauen jetzt die Leitung auf Minimum. Was glaube ich schon fast der Fall sein wird. Weil wenn ich jetzt hier gucke, ich kann ja jetzt die Mutter nicht weiter halt so schieben. Dann muss ich noch die Dichtolive reinkriegen und dann schieben wir es so rüber. So, das wird jetzt natürlich Maßarbeit. Von der Theorie her sind das nur ein paar Millimeter hier. So, der geht so weiter ran. Ich misse. So. Jetzt kommt gleich der Moment. Aber halt. Aber das geht schon. Safe. Na, Alter. Ich weiß noch, früher am Anfang habe ich hier immer noch abgeklebt. Kabelbinder drum. Fett drauf. Volles Programm, weil ich Angst gehabt habe, das kaputt zu machen. Jetzt mittlerweile. Aber guck mal, es ist jetzt... Kürzer geht es wirklich nicht. Weil... Ich kriege die Oliven nicht weiter drauf doch jetzt, weil er sich schon aufspreizt. Ja, so eine Flexbreite wäre vielleicht noch gegangen. Eine Tentscheibenbreite. Aber mehr... Mehr auf jeden Fall nicht. So, jetzt kommt nämlich der Aspekt noch. Und das ist immer ein bisschen gefährlich. Das wird noch ein Spaß. Man muss die auf jeden Fall immer gerade ansetzen mit den Alugewinden. Sonst sind die schneller kaputt, als man gucken kann leider. Das ist der einzige Nachteil. Deswegen würde ich jetzt hier Folgendes machen. Das Gute ist auch, diese PTFE-Leitung im Betrieb später. Nehmen die die Form an. Alter. Boah. Das geht, oder? Das macht mir auch so viel Laune, dass ich ehrlich gesagt, die nächste Leitung werde auch noch machen, während du hier abfilmst. So, und wenn man dann nämlich gleich sieht, in welcher kürzesten Zeit wir drei solche Leitungen gebaut haben, ist das schon, kann man wirklich sagen, schon cool. Ja, das war jetzt pro Leitung ungefähr fünf Minuten mit erklären. Wenn man natürlich alles da hat, ne? Ja klar. Ich bin auch nach wie vor am überlegen, das seht ihr in dem nächsten Video, wie ich es am Unterboden mache. Bei OMA Golf haben wir zum Beispiel diese Leitung komplett einfach vom Tank nach vorne gelegt. Ist ja auch eine Variante. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir das hier auch machen. Oder doch irgendwie auf eine starre Leitung. Alu, Edelstahl. Wie auch immer zurückgreifen. Wer bei sowas übrigens auch krass ist, ist Benni immer. Benni hat auch so einen Augenbraß. Der ist auch so einer, der zeichnet nichts an und gar nichts. Der guckt auf den Rohrbogen, auf den Rohr, legt das ab. Beim Flexen immer wichtig, möglichst dünnes Blatt nehmen für diesen Schlauch. Und nicht drücken. Einfach nur die Flex laufen lassen, weil sonst drückt ihr nämlich das Stahlflexgewebe auseinander. Deswegen am besten einfach nur laufen lassen. So, das ist immer der Grund, wo man sich wehtut. Brauchen wir aber ehrlich gesagt gar nicht. Kommt nämlich auch so. Ja, ich werde irgendwann nochmal, mache ich mir nochmal eine neue Halle. Soweit ist, mache ich mir definitiv einen, so einen kleineren Werkstattwagen fertig. Nur so mit dem Standard Repertoire an Fitting und Leitung. Das man auch sowas mit so einem Schraubstock oben drauf mal einfach als Beispiel hinten den Bus reinschmeißt. Und wenn wir auf ein Event fahren, kann man immer sowas nicht dabei hat. Aber dann wird auch der festgeschraubte Schraubstock. Ja, das ist aber eigentlich so praktisch, ja? Weil wie oft hat man hier auf dem Schweißtisch was? Ja klar. Wenn es wieder komplett drauf ist, dann musst du es wieder abschrauben. Ja, vor allem auf dem Schweißtisch. Da kannst du das Ding hinstellen, wo du brauchst, ne? Zack. Man könnte meinen, ich habe schon so ein paar Leitungen gebaut, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, wie man drauf kommen könnte. Und jeder, der das alte System, das normale System kennt, das hier ist schon deutlich, muss man einfach sagen, dafür, dass es preismäßig jetzt auch nicht viel mehr kostet. Das ist schon geil. Aber praktisch ist es eigentlich immer so, so wie wir es jetzt gemacht haben, macht man es eigentlich nicht. Eigentlich sagt man immer, lieber eine Schlaufe legen, weil eine Schlaufe die Möglichkeit hat zu arbeiten. Das Ding ist jetzt hier steif wie ein Brett, wie ein Prügel, das kann nirgendwo hin. Aber muss es auch in dem Fall nicht, weil weder die Köpfe werden hoffentlich irgendwo hinwandern, noch das hier soll sich irgendwo bewegen. Da soll einfach alles fest sein. Und fertig. Ja, so, wenn ich nicht aufhöre, zeige ich euch eine weitere Zehnleitung. Normalerweise wäre jetzt tatsächlich der Punkt gekommen, wo wir weitermachen mit den Titan-Downpipes. Jetzt ist es allerdings so, in ganz Europa hat keiner 76er V-Bandring in Titanlagern. Und wir müssen leider von, das hatte ich vergessen, von 76 auf 89. Also wir bauen dann 89, aber wir müssen erst mit 76 anfangen, weil das hier nur 76 ist. Hat keiner lagern, ich habe jetzt Rohmaterial gekauft, Titan, gibt es übrigens immer mal wieder bei Ebay billig, von irgendwelchen Auflösungen. Das heißt Flo muss mir leider ein paar Titan-Ringe drehen und dann geht das mit den Downpipes leider erst nächste Woche los. Ist nicht so schlimm, weil ist jetzt eh nicht so die Action, aber da würden wir jetzt so weitermachen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, wir machen jetzt folgendes. Ich werde jetzt hier radikal alles zerlegen, komplett. Also radikal, das kommt mal Quatsch. Alles, was jetzt gerade farblich noch nicht schwarz ist und noch nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, wird jetzt einmal wieder abgebaut. Der hier, das Wasserrohr, dieses Rohr und geht einmal zur Krummfabrik zum Verzinken-Pulver. So, und dann können wir ganz in Ruhe am Wochenende alles zusammenbauen. Wirklich final, final. Noch ein paar Leitungen bauen, ein paar Kabel, ein paar Anschlüsse. Hier noch was drehen, da noch was flexen, da noch was schweißen. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit, wenn wir dem Motor wirklich final die große Hochzeit da reinhängen. Ich denke mal, das wird am Montag passieren. Dann gucken wir mal. So, vorher muss ich leider noch eine Aufgabe machen, die ist wirklich ehrenlos. Weil jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß immer, was es für eine Action ist. Ich kriege es nicht hin, die Rohre einzubauen, ohne dass ich es wirklich komplett glatt von innen wegschleife. Also selbst das muss noch weg, weil jetzt hat es Tom von außen nochmal geschweißt. Das heißt, jetzt können wir hier nochmal rüber und da nochmal rüber. Und hier seht ihr zum Beispiel, da ist es schon. Da ist es noch nicht. Hier ist es schon. Hier fehlen noch zwei Löcher. Sonst ist nämlich Pop-Off keine Funktion. Ja, jetzt haben wir allerdings ein paar Rohre mehr, wenn ich das hier so sehe. Es gibt ja auch noch die unteren Rohre. Also das wird ein bisschen Action. Das mache ich jetzt als erstes, damit ich zum Wochenende hin alles Einbaufertige liegen habe. Dann stecke ich das zusammen. Und dann wird es interessant. Hier habe ich mir übrigens schon angezeichnet, wo ich die Leitung abschneiden muss. Damit auch hier der Öl-Zulauf passt. Ja, kurzes und knappes Video. Am Ende, glaube ich, ist es eh wieder nicht so kurz. Es ist aber was passiert. Ihr seht, es geht voran. In großen Schritten. Ich halte euch am Ball. Wir sind auf den letzten Metern. Es ist immer wieder unglaublich, wie oft am Ende dieser Motor rein- und rauswandert, bis das fertig ist. Aber das gehört einfach dazu. Man muss es auch so ein bisschen genießen. Das tue ich auch. Deswegen reicht das für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Im Need Vielen Dank.